In einer Welt voller Zufälle und unerwarteter Wendungen scheint es manchmal, als würde das Universum selbst die Fäden unseres Lebens lenken. Und wenn es um die Liebe geht, kann das Universum subtile, aber dennoch kraftvolle Zeichen senden, dass die große Liebe auf dem Weg ist. Diese Zeichen sind nicht immer offensichtlich, aber für diejenigen, die aufmerksam sind, können sie wie leuchtende Sterne am nächtlichen Himmel erscheinen. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl, sie ist Energie, die in der Luft liegt und uns umgibt, wenn die Zeit reif ist. Plötzlich beginnen wir, die Zusammenhänge unserer Vergangenheit zu verstehen und erkennen, dass jeder Schritt, den wir gemacht haben, uns näher zu diesem Moment geführt hat. Wir verspüren einen tiefen Drang, das Beste aus uns herauszuholen und spüren eine innere Ruhe, dass alles so ist, wie es sein sollte. Unsere Träume sind erfüllt von Romantik und Realität und wir sind offen für neue Erfahrungen. Und vielleicht am auffälligsten ist der Anstieg unseres Energielevels, das uns mit einer lebendigen Vitalität erfüllt, die uns darauf vorbereitet, die Liebe in all ihrer Pracht zu empfangen. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Auf der Suche nach Liebe Die romantische Wahrnehmung Überall scheint es, als ob die Welt in ein Liebesfest eingetaucht ist. Verliebte Paare halten Händchen, Liebesglieder erklingen in Endlosschleife und sogar die Natur scheint von romantischer Zuneigung erfüllt zu sein. Doch diese Wahrnehmung ist mehr als nur Zufall. Sie ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die Liebe auf den Weg zu Dir gemacht hat. Deine romantische Sensibilität ist geschärft und Dein Herz ist offen für das, was kommen mag. Doch diese Vorboten der Liebe sind keine Einbahnstraße. Sie erfordern auch eine offene Haltung und den Glauben an die Kraft der Liebe. Denn nur wer bereit ist, die Liebe zu erkennen und anzunehmen, kann sie in all ihrer Pracht empfangen. Nr. 2 Auf einmal beginnen Deine vergangenen Erfahrungen, einen Sinn zu ergeben In unserem Lebensbuch sind Liebe und Beziehungen ein zentrales Kapitel, das wir alle durchlaufen. Jede Erfahrung, sei es positiv oder negativ, formt und lehrt uns auf unserem Weg zur wahren Liebe. Erst mit Abstand erkennen wir den Sinn hinter den Höhen und Tiefen, die uns geprägt haben. Die Menschen, die wir getroffen haben, haben uns geformt und uns geholfen zu wachsen. Jede Beziehung hinterlässt Spuren und prägt unsere zukünftigen Erwartungen und Grenzen. Indem wir aus der Vergangenheit lernen und sie verstehen, können wir uns auf eine neue Liebe vorbereiten, die tiefer und erfüllender sein könnte als alles zuvor. Nr. 3 Du strebst danach, Dein volles Potenzial zu entfalten Die wahre Liebe schätzt und akzeptiert uns bedingungslos. Im idealen Szenario erfahren wir in unseren Beziehungen vollkommene Annahme und müssen uns nicht ständig anpassen oder unsere vermeintlichen Fehler korrigieren. Doch manchmal spüren wir selbst das Verlangen, uns zu verbessern. Sei es, dass wir unsere körperliche Fitness steigern wollen, berufliche Ambitionen verfolgen oder unser Zuhause neu gestalten möchten. Die Sehnsucht nach persönlicher Weiterentwicklung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass wir auf dem Weg sind, für jemanden ganz besonderen die beste Version unserer selbst zu werden. Nr. 4 Alles ist in Ordnung, wie es ist Ein bedeutsamer Schritt auf dem Weg zur wahren Liebe ist die vollständige Selbstakzeptanz. Es bedeutet, dass wir in der Lage sind zu akzeptieren, allein zu sein und dennoch unser Leben vollständig zu genießen. Diese Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die große Liebe anzuziehen. Die Liebe gedeiht in Freiheit und Ablehnung von Zwängen. Wenn wir verzweifelt nach einem Partner suchen, um unsere Einsamkeit zu lindern, stoßen wir die wahre Liebe eher ab. Wahre Liebe kann nicht erzwungen werden, sie muss gewollt sein. Nr. 5 Dein Lebensweg ist deutlich vorgezeichnet Ein weiterer erfreulicher Aspekt, der mit dem Herannahen der großen Liebe einhergeht, ist der Augenblick der Erkenntnis, in dem wir unsere Lebensbestimmung erkennen. Oft gehen Lebenserfüllung und Liebeserfüllung Hand in Hand. Die zunehmende Unabhängigkeit spielt dabei eine wichtige Rolle, ebenso wie das selbstbewusste Auftreten, das wir dank dieser Entwicklung nach außen tragen. Nr. 6 Die Inhalte Deiner Träume sind von Romantik und einer starken Realitätsnähe geprägt Unser Unterbewusstsein hat die Freiheit, aus einem reichhaltigen Angebot an Themen zu schöpfen, insbesondere wenn es im Tiefschlaf aktiv wird. Wenn Deine Träume häufig romantische, erotische oder tief emotionale Szenarien präsentieren, kann dies Grund zur Zuversicht sein. Offensichtlich weist ein bedeutender Teil Deines Wesens bereits souverän und zielstrebig in die richtige Richtung. Nr. 7 Du zeigst Dich aufgeschlossen für Neues Die Bereitschaft, die Komfortzone zu verlassen und sich neuen Erfahrungen zu öffnen, kann für manche unangenehm sein, besonders wenn die Komfortzone als sicherer Rückzugsort betrachtet wird. Doch es ist kein leeres Sprichwort zu sagen, dass unser persönliches Wachstum außerhalb dieser Komfortzone liegt. Wenn Du jedoch den Mut hast, neue Menschen kennenzulernen und Dich neuen Herausforderungen zu stellen, dann stehen die Chancen für eine erfüllende Liebe ausgezeichnet. Oft sind es die kleinen Veränderungen, die den Weg für bedeutende Ereignisse ebnen. Nr. 8 Dein Energiepegel erreicht unerwartete Höhen Wenn die große Liebe in greifbare Nähe rückt, durchströmt uns ein Wirbelwind an Gefühlen und Empfindungen. Unsere Intuition erwacht zu neuer Stärke, während wir eine kraftvolle Welle positiver Energie spüren, die uns zu Höchstleistungen antreibt und uns das Gefühl gibt, dass alles möglich ist. Unser heutiges Fazit Entdecke die Magie, die Reise zur großen Liebe beginnt. In einem Universum voller Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene ist die Liebe vielleicht das größte und dennoch zugänglichste Wunder von allen. Die acht Zeichen, die das Universum uns sendet, um uns auf die nahende große Liebe hinzuweisen, sind wie funkelnde Sterne am Himmel, die uns den Weg weisen. Sie erinnern uns daran, dass wir nie allein sind und dass das Universum stets darauf bedacht ist, uns zu helfen, unsere wahre Bestimmung zu finden. Wenn wir die Liebe im Herzen tragen und unseren Glauben an sie stärken, öffnen wir uns für die wundervollen Möglichkeiten, die das Leben für uns bereithält. Jeder Moment der Gewissheit, jede glückliche Fügung und jede tiefe Verbindung mit einem anderen Menschen sind wie magische Hinweise darauf, dass die große Liebe näher ist, als wir uns vorstellen können. Mögen wir die Zeichen des Universums achten und ihnen vertrauen, denn sie führen uns auf den Weg zu dem Menschen, der unser Herz vollständig zum Leuchten bringen wird. Lasst uns die Liebe mit offenen Armen empfangen und uns von ihr leiten lassen, während wir uns auf die Reise zu unserem wahren Seelenmenschen begeben. Denn in der Liebe liegt die größte Kraft des Universums, die uns alle miteinander verbindet und uns das Gefühl gibt, lebendiger und erfüllter zu sein als je zuvor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!